So, und da sind wir wieder. Was habe ich denn hier? Neue Folge, neue Glück, Seven Days to Die, Jack Fleischhammer, das ist mein Name, der Zombie will's wissen und kriegt die volle Ladung. Ich überlege gerade, ob ich genau für diese Aktion jetzt hier nicht ganz kurz mal den Schock, Schock, Schockschwereloat, den Boomstick nochmal ingebe, aber das geht nicht wegen Level 3, dann machen wir das mal so. Oh, ich habe noch. Sehr geil. Gehen wir mal den Boomstick einen rauf. Psst, wieso Laune? Das ist hier das Lazarett. Ja, okay, das war's. Noch irgendein Scheiß hier. Gleich mal ablegen. Und hier usen. Warum alle Dörfer kriegen können. Ja. Ich gucke jetzt hier erst mal nur, ob hier noch irgendwo Zombies rumliegen. Da sehe ich nichts, da sehe ich nichts, 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 nichts. Gegenüber ist jetzt noch einer. super das war jetzt auch endlich ein bisschen Munition für die Knäfte hier ich glaube ich lasse Wasser hier weil Wasser ist jetzt echt nicht der Lied das ist früh, das nehme ich mit früher man kann jetzt alles einmal lernen, obwohl man es schon kann fragen muss ich mich jetzt ehrlich gesagt fragen nichts ich habe das Gefühl, dass es auch so bleibt mit nichts hier ist zumindest das eine Jacke Munition nichts hier ist nichts nichts was bist du? Art of Mining Using Volume 7 funktioniert das für gut warum ist das? eigentlich kann ich das wegschmeißen das ist jetzt nicht sorry, aber das ist nicht der Punkt gerade gucken wir mal hier da ist nichts, 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 nichts nur das Ding und da ist nichts drin was mich jetzt irgendwie weiterbringt ja das war mit diesem Raum nope okay dann gehen wir jetzt hier rüber Schroflinte nachladen haben wir, haben wir, haben wir hier ist unlocked hier ist unlocked hier ist richtig essen, das ist gut da liegt noch einer ah, den habe ich jetzt übersehen nachladen weggehen nicht übertreiben kein Kaffee ein bisschen Soda was ist das hier? Yucca Juice na die haben ja hier ist was los bei den Herren in Sink die nehme ich das leere Glas das ich hier äh Cooking Port Coffee Beans mhm Coffee Beans da muss ich jetzt überlegen das Rezept nehme ich der Rest ist Quatsch äh das mache ich kaputt der Iron Breaker Mod für ja nice perfekt can of food das ich nicht nutzen ne aber das nehme ich mit Pumpkin Seed Rezept nehmen wir auch mit das kannst du denn nochmal lernen tatsächlich ok die brauchen wir ja die kann ich nicht looten scheinbar hier ist nichts zu holen haben wir Grain Alkohol ja haben wir na dann nun dann ok vielleicht hier nicht ist mir neu oh das ist so weit schiebt nice hervorragend ich habe das Gefühl wir können hier oben noch was machen kann natürlich auch sein dass ich mich irre immer zumeist naja ist auch ja war jetzt nicht so ergiebig jetzt haben wir noch zwei Häuser wir nehmen erstmal den Kleinen hier rechts das brauchen wir ich kann auf jeden Fall irgendwas laufen die ist nachgeladen also das wäre echt geil wenn eine Army Truck Fahrbar wäre mit K jetzt jetzt Draußen, ne? Ja, okay. Dann ist sie ja. Pass and guess? Okay, warte mal. Schauen wir mal rein. Vielleicht ist ja da auch ein Motor drin. Der wäre jetzt höchst interessant. Tatsächlich nicht. Nochmal. Kann man nochmal ein Bike machen. Oh, ne Blade. To Army Truck. Also das sieht schon geil aus. Bitte baut sowas ein. Wir brauchen das. We need it. Leather chest like our Essen. We need this shit. Ne. Das ist alles Kornmehl nehmen wir mal noch mit. Kriegst du auch keinen Reifen raus. Und hier ist wahrscheinlich nur noch Benzin. Wenn denn. Wollte ich hier aufkloppen? Noch mehr. Polymer lasse ich mal hier. Und tatsächlich. Na gut. Okay. Können wir scrapen. Was können wir denn noch? Bicycle Hände. Das ist aber eigentlich Quatsch. Können wir für 150 verkaufen. Okay. Das ist natürlich nice. Haben wir die? Ja, haben wir. Tja. Tja, tja, tja. Ich glaube, das lasse ich das Wasser hier. Das ist natürlich echt höchst verfräflich. Aber ganz im Ernst. Was sagt man dem Wasser? Ich habe genug Wasser. So, die müssen wir noch mal gucken. Noch mehr Munition. Noch mehr Munition. Und Ranch-Schematics und noch mal zwei Händelbahnen. Und die sind aber sehr interessant. Okay. Hier draußen nur Müll. Nichts zu finden. Denn es ist nur noch ein Haus. Tatsächlich. Warte mal. Was sehen meine mühen Augen? Scheiße. Woher komme ich da denn jetzt ran? Da kann ich ja durch. Ja, perfekt. Da ist noch was oben drauf, aber nur Müll. Müll. Okay. Dann haben wir alles. Herzlichen Dank. Und hier. Ich weiß ja, kann man da überhaupt was drin finden, was hier geht? Und eins will ich noch ausprobieren. Und zwar kann ich hier wirklich Zement raus holen, oder? Ja, den, ja, aber hier ist eine Cobblestone, okay. Na gut. Das berührt mich nur bedingt jetzt weiter. Hier geht's nach unten, da schnuppere ich aber eine Falle. ich habe so ein Gefühl. Nee, geht da nicht weiter. Das ist genau so was, was wir da einbauen, um dich hier in eine Falle zu loggen. Hier ist die Tür offen. Die geht ja nicht zu, scheinbar. Hallo? Hallo? Oha. Ah ja, waschle. Okay. Tja, was kann man denn in so einem Ding hier finden? Das ist echt die Frage. Die sind ja alle. Da gucke ich jetzt nicht rein. Was ist das hier? Hier ist, kommt man so leicht hoch, geht es auch nochmal runter, ja. Gehen wir erst nach unten, erst nach unten. Im Keller ist immer besser. Gucken. Da ist ein Koffer. Ski-Maske. Nice. Neuzehn Uhr übrigens schon. Gleich schon mal. Siehst du es. Tools. steel tool parts ist alles jetzt gerade nicht interessant wirklich nicht wirklich hier jetzt der fahrstuhl oh ja da muss ich rennen und der teil war gelooten und na gut dann wollen wir jetzt mal hallo sagen das sind ja nur noch 18 schläge andere idee aufbrechen und war ein paar schaden glaube ich hab die ganze idee für die kommen gleich hier wahrscheinlich sollte ich auch nach hause da ist das leider zwang hierin zu gehen ja jetzt hätte gerne diese torte bei würde es gerne sozusagen immer rücken stellen damit das ding losballert sobald die für mich hier fertig wird sie schon die ak und die schrotflinte gucken das ist eine waffenkiste da müssen wir gucken 100 ich wusste es ich wusste es ok so schnell so schnell kann ich mit dem ding schießen wo sieht ihr das ich nicht jetzt haben wir die haben wir geld holen cases ja ja use kommi schmeißt alles weg schmeißt den scheiß weg schmeißt den scheiß weg den du nicht brauchst wirklich 100 prozent okay wir haben jetzt was ist hier mit was ist das was ist das ach das okay i get it beim nächsten mal beim nächsten mal so schön 21 uhr ich meine schaffe ich eh nicht ich habe ich eh nicht in time deswegen ziehen wir jetzt jetzt langsam durch leise und langsam ach da muss man denn so lange nee ok äh ok kraft noch ein paar komm schon komm schon oh nein wie viel hat noch 18 dein ernst ist mir dann vielleicht schon zu hoch kann ich den nicht kann ich den unter umständen gar nicht was ist das lade dabei den kann ich aber das sieht dass der der save für mich quasi eine nummer zu hoch ist und nicht knackbar ist mit meinen fähigkeiten das scheint jetzt allerdings allgemein so zu sein oder was ähm wo war denn das intelligenz knackpacking ich muss kurz durchletzen ja ne steht nicht da welchen das ist einfach wirklich scheinbar random weil ich habe jetzt gerade pech der ist jetzt super und da war schön ja dass ich jetzt essen hier cash hier jetzt cash hier wasser rotten flash diesen quatsch die nehm ich mit ich hasse die um nicht zu sein werde ich sowieso nicht benutzen und das steel hammer der iron hammer ist auch quatsch aber das ist wichtig wir probieren es jetzt noch mal hier kann ich den looten ihr könnt mir ja mal in den kommentaren schreiben was ihr so aktuell von dieser alpha halte ich habe schon lesen paar sind irgendwie immer noch schwierig und ein paar finden die richtig gut also ich würde schon interessieren was ja im allgemeinen von der alpha haltet von der alpha 18 netz so ich habe bis jetzt noch keine wirklichen probleme gehabt tatsächlich von mir aus das von mir aus könnten wow könnten sie wirklich raus bringen ich habe noch nicht ja normalerweise ist ja bei 7 days dann wirklich also hast du dich ein riesen ach komm hast du öfter mal probleme in so einer alpha hier allerdings überhaupt nicht überhaupt nicht bisher bisschen fps aber das ist ja 7 days also da kannst du die ohne stellen funktioniert nie abstürze hatte ich noch gar nicht super und on tour ja okay leute ist das wir werden sehen ich schaue mal ob wir hier rauskommen aber sehen wir in der nächsten folge deswegen sage ich herzlich dank für zuschauen bis zum nächsten mal daumen hoch und so like you